Sehen wir mal, vielleicht krieg ich noch ein Level auf, da bin ich bei 51. Regina, gut, 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 was ich ausgegeben habe. Okay. Was warnt ihr jedes Mal mit ihrem Fluchtauszeit? Ich bin nicht einmal bis er bei irgendeinem Kampf geflüchtet und dann wollen sie so, ja, kannst du weglaufen, wenn du willst. Warum nicht? Alles gemacht. Jetzt kann es rausgehen. Jetzt nur noch drei Sektoren. Am 28. Geht mal das neue Schlüsselschwert. Ja, okay. Ja, klar. Entwickler, ihr könnt mich mal langsam, aber richtig. Komm. Nicht schlagen, ich weiß nicht, ob du sauber bist. Schutzengel, okay, gut, gut, gut. Ich glaube, ich gehe jetzt, also, wenn ich, machen wir das so, dann runter und dann hier hoch. Ich glaube, so mache ich das auch. Ich werde 100 pro ein Level Up hier bekommen. Bevor ich diesen Dungeon verlasse, werde ich 100 pro noch ein Level Up bekommen. Das kann ich schon garantieren. Okay, erfahrungspunkte ich von den Gegnern bekomme 1000, noch etwas. Warte mal, ich habe doch gerade. Was, ich muss gar nicht überlegen. Okay. Ich habe vergessen, dass ich noch ein Level Chip habe. Und jetzt kann ich hier nichts machen. Na, toll. Nein, ich kann wirklich nichts machen. Egal, ich nehme mich dann einen anderen Weg. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Metall-Chocobo. Das neue Schlüsselschwert. Ausrüsten. Ja. Boah, ich meine Stimme. Metall-Chocobo. Führer statt. Einer Combo, einer verheerenden Einzelschlag bei Maximilien. Maximilien Attacke aus. Das kann er alles. Autokontor, wuchtdickes Fell. Ich habe einfach nur deinen normalen Angriff in einem konzentrierten Wucht. Hm. Okay. Metall-Chocobo. Äh. Ach du Scheiße, wie groß das ist. Okay, ich brauche noch so viel, viel Level ab. Hm. 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 Das Schlüsselschmatz ist irgendwie geil. Damit haben wir das auch geklärt. Jetzt sind eigentlich nur zwei Ebenen. Nur zwei verfickten Ebenen. Und danach bin ich fertig mit Olymp. Komplett fertig. Nie wieder. Nie, nie wieder. Ich bin so froh. Ich habe jetzt nicht mehr so groß. Hm. 14.000 noch. Schaffe ich das noch an Level ab zu bekommen? Ich mache, ich habe mir vorgenommen, äh, Agraba nachdem ich, also dieses 50er, nachdem ich ein bisschen mit der Storyalter gemacht habe zu machen. Hä, die sind doch gleich schon wieder vor. Ich habe jetzt schon wieder vorgenommen. Komischen Wolken-Dinger da. Diese schwarzen Löcher, ja gesagt. Und, äh, ah, verdammt. So, wie groß ist das Gebiet denn? Okay, da kann ich noch nicht. Da muss ich auch die andere Seite. Es sind drei Gegner hier. Die haben wir bekommen. Ja. 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 Wir müssen kurz vorm Ziel sein. Ja, jetzt gibt es kein Zurück mehr. An diese Prüfung werden wir uns lange erinnern. Schwer macht sie uns das nicht. Bei all den Strapazen? Ja. Du hast recht. So, alles getötet, was in dieser Nähe ist. Ich bin bald fertig. Bald habe ich diese Kacke erledigt. Ich habe mich von hinten angegriffen. Das waren sehr viele Invictus-Dinger. Ach ja, Invictus-Gegner sind hier normale Gegner. Wollte ich nur kurz erwähnen. Ich dachte, hier gibt es keine mehr. So, den letzten verfickten Gegner. Ich habe diesen verfickten Olymp besiegt. Ach, Mann. Ich würde 22.000... Nein, 222.000 haben. Von Punkten. Speichern. 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 Wir sehen uns gleich wieder. Okay. Metallschukobo. Irgendwas mit Feder. Okay. Jetzt kann die Kacke beginnen. Der letzte. Allerletzte Kampf. Feiert immer vier Olymp. Ist jetzt endlich mal Schluss? Hm. Hm. Ach egal. Bald wissen wir es. Ich will wissen, ob das sich irgendwann an der Story dann ändert. Ach, egal. Machen wir weiter. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Ich werde jetzt gleich alle Items benutzen, die ich jetzt bisher alle gesammelt habe. Um diesen Gegner sehr schnell zu besiegen. Endlich da. Ihr habt euch aber ganz schön in Zeit gelassen. Doch diesmal werdet ihr euer gerechtes Ende finden. Denn euer nächster Gegner bewahrt in jeder Situation. Einen killen Kopf. Mu-wau-wau-wau-wau. Auf sie, mein boshafter Freund. Macht ihr den Erdboden gleich. Sieht aus, als hätte Hades seinen letzten Trumpf ausgespielt. Ein Sternchen für Ausdauer hat er sich jedenfalls recht nicht verdient. Und jetzt setzen wir dem Ganzen ein Ende auf ins Finale. Gut gesagt. Tollabens, du Higgs, Geburt. Jetzt setze ich alles rein. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Los, ich mache jetzt zehn Stück von Angriff rein, damit das jetzt richtig setzt bei dem. Der kann so schnell vorbeigehen. Nochmal verstärken. Nochmal verstärken. Jetzt Angriff. Der zieht echt wenig ab. Der greift auch sehr oft, dann habe ich gerade so gemerkt. Ich weiß gar nicht, was Fokus bringt, aber ich mache das einfach mal. Vielleicht machen die mehr Angriff dann. Ach so, das versteckt hier den Angriff oder was? Das ist Angriff. Ja, klar, Digga. Jetzt auf einmal zieht das wirklich ab, oder was? Okay, der ist bald tot. Das ist eigentlich fast gar nichts gebracht, oder? Ich muss mich gleich sowieso heilen. Ich will nicht, dass Kloch stirbt oder so. Ich gehe über die Hälfte schon abgezogen, gut. Ein Omni-Schlag wird in die Schaden klaut. Ich gehe über die Hälfte. Ich gehe jetzt mit dem Omni-Schlag. Okay, er ist bald tot. Das habe ich schon davor schon fünfmal gesagt, aber er ist wirklich bald tot. Okay, nur ein ganz, ganz bisschen. Er ist dann noch da übrig. Das hieß voll viel ab, obwohl man da geblockt ist. Das war mal ein episches Ende. Und es musste ich ja nicht bekommen. Schwertwurf. Triple Folger. Triple Drohne. Lederhandschuhe halten. Nicht einmal er konnte euch aufhalten. Warum nur? Warum nur will mir nie etwas gelingen. Oh, das ist einfach. Du hast einfach kein Glück. So sieht es wohl aus. Na wartet, eines Tages steige ich wieder aus der Unterwelt im Paar und dann. Und was jetzt? Ist er zurück? Ach, war es ein Kinderspiel? Danke dir, Sora. Vielen Dank. Wo ist eigentlich Claude? Manche, den Stachelkopf? Ja, das hatten wir schon. Mickey! Hat das das... Hat das das... Hat das das... Okay, wir haben dann alles erledigt. Ich frage ich es am Kunden. Wer braucht den Lederhandschuhen? Ich geh mal da rein wieder. Brauchst du Lederhandschuhe? Ich hab welche. Ah, okay. Spezialtraining ist schön. Ah, du willst deine Hand denn, ja. Okay. Aber speichern wir das mal ab, damit wir das nie wieder... Oh, so wenig fehlt mir noch. Okay, dann geh ich mal kurz jetzt raus und kämpfe mal ein bisschen. Sert leicht dabei, wie ich hier rumkämpfe. Ey, der Schlüsselschmerz geht doch richtig ab. Okay, ich darf sterben so mit einem Schlag auch noch. Ich muss eigentlich nichts machen. Ich drück nur ganz an den A-Knopf. Oder der X-Knopf hier. Ich muss nichts machen, da gerade die gehen alleine an. Ich glaube, ich overlevelt schon. Das sagt schon alles. Man muss nur das hier betrachten. Das ist nicht mal normal. Dieses Gemetzel ist atemberaubend. Einfach wunderschön. Ich habe gar keine Chance mehr gegen mich. Das ist unglaublich. Hallo, wie viel kommen noch von euch. Nicht unendlich viele, oder? Ich weiß, dass es ab einem Schnittmoment aufhört. Das müsste der letzte sein. Habe ich gedacht. Und jetzt? Denn jetzt war das der letzte. Status Matrix. Ja. Jetzt würde ich eine neue Fähigkeit bekommen, wenn ich das jetzt so angucke. Ja, ich kriege eine neue Fähigkeit. Jetzt sehe ich mal die an. Und... Abschlussanker Plus gelernt. Jetzt die mächtigen Endschlag an der Kombo-Alkombäufer miteinander ausführen. Geile, geile, geile. Okay, damit haben wir damit... Das haben wir dann auch erledigt. Und... Wir sehen uns... Bei Riku wieder. Ja, bei Riku. Ich... Und ich versuche nebenbei das ja noch ganz schnell zu machen. Also, wenn ich das schaffe, zeige ich das. Wenn nicht, dann nicht. Okay, bis gleich.